Herzlich willkommen bei Nextmove zu den Next News. Diese Woche ging's heiß her, das sind die Themen. Zulassungszahlen. Abverkauf bei Tesla, neuer Hyundai Kleinwagen kommt, VW ID.2 noch dieses Jahr, Strafzölle für China-Importe, Verkaufsstart Cupra Tawaskan, dynamische Preise bei EnBW Mobility Plus, neue Studie zum Ladebedarf, R-Königsschau und neues von Nextmove. Zulassungszahlen. E-Autos schaffen es aktuell in Deutschland nur auf rund 30.000 Neuzulassungen im Monat. Das entspricht 12 bis 13% Marktanteil. So auch im abgelaufenen Monat Mai. Letzte Woche hatten wir gezeigt, dass dieser deutsche Rückgang gegen den allgemeinen Trend in Europa steht. Nur Italien steht noch schlecht da. Heute schauen wir auf die Modellzahlen der deutschen Top 20 für den Monat Mai. Platz 1 mit Ansage. Im Februar gab es ja eine Aktion für den VW ID.3. In nur einer Woche verkauften manche Händler so viele Autos wie zuvor in mehreren Monaten nicht zusammen. Verkauft natürlich nicht, denn es war eine Leasing-Aktion unter dem Titel Lease it, love it. Ziel war es, die Produktionsplätze bis zum Modellwechsel auf die neue Technik-Generation zu füllen, auf Deutsch die alte Hardware abzuverkaufen. Das Ergebnis sehen wir jetzt auch in Zahlen. 2.383 VW ID.3. Auch auf Platz 2 geben günstige Leasing-Raten den Ton an. MG4 mit über 2.000 Stück. Danach nochmal drei MEB-Modelle dicht gestaffelt mit Skoda Enyaq, VW ID.4 und 5 sowie Cupra Born. Wie schon im April ist das Tesla Model Y erst auf Platz 6 mit 1.169 Autos. Wie Tesla das im laufenden Monat ändern will und vermutlich auch ändern wird, das zeigen wir euch gleich noch in Bildern und Zahlen. Wie auch in den Vormonaten sind die deutschen Konzerne in den Top 20 stark vertreten. Mercedes mit drei Modellen und BMW sogar mit vier Modellen. Insgesamt finden sich 13 deutsche Modelle in den Top 20. Auffällig ist, der Fiat 500 ist das einzige Modell aus dem Stellantis-Konzern in den Top 20. Außerdem sucht man Renault und Dacia vergebens. Aus chinesischer Produktion mit dabei der Smart Hashtag One auf Platz 7 und der Volvo EX30 auf Platz 11. Selten mit in den Top 20 sind der VW ID.7 und der Kia EV6. Jetzt im Juni läuft ja der Showdown bei den Neuzulassungen. Viele Händler werden von Herstellern aufgefordert, Fahrzeuge noch im Juni rabattiert zu verkaufen oder alternativ als Händlerzulassung oder Tageszulassung anzumelden. Hintergrund sind neue Typenbestimmungen, die mehrere Modelle betreffen. Zu diesem Thema gab es auch Zuschauerpost mit einem Korrekturhinweis. Fahrzeuge mit alter Hardware sind auch ohne rechtzeitige Zulassung nicht verloren, sondern können mit der Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung auch später noch zugelassen werden. Abverkauf bei Tesla. Die Zulassungszahlen von Tesla habt ihr gesehen. Medienberichte über eine Haldenproduktion bei Tesla in Deutschland häufen sich. Basis ist unter anderem ein Video, das ausgerechnet bei X gepostet wurde und zwar von einer Model Y-Halde östlich von Berlin auf einem ehemaligen DDR-Militärflugplatz in Neuhardenberg. Das Video zeigt Tesla an Tesla Reihe für Reihe und der Hintergrund erweckt den Eindruck, als würde es sich um eine quasi endlose Halte an abgestellten Teslas handeln. Fast wie ein See von Autos. Die Spiegelung im Hintergrund kam mir aber verdächtig vor, also habe ich bei Google Earth mal nachgeschaut und immerhin Bildmaterial vom März gefunden. Der Autosee ist kein Autosee, sondern eine riesige Photovoltaikanlage und die Autos stehen eigentlich nur auf einem schmalen Randstreifen des ehemaligen Flugplatzes. Die Autos sind aber im Luftbild gut als einzelne Fahrzeuge erkennbar und im März gab es noch große Lücken in den Flächen. Ich habe mal grob durchgezählt, die Lücken natürlich aufgefüllt und komme dort auf 6.000 bis 8.000 Stellplätze. Je nach Preis also netto ganz grob 300 Millionen Euro gebundenes Kapital allein an diesem Ort. Aber auch hier nochmal der Vergleich zur Produktion. Das ist weniger als zwei Wochen Produktionsvolumen aus Grünheide. Zurück zum deutschen Markt. Die knapp 1200 Model Y vom Mai an Zulassungen sind natürlich viel zu wenig. Das baut Grünheide an ein oder zwei Tagen. Tesla kann damit nicht zufrieden sein und Grünheide baut diese Autos natürlich nur, wenn sie auch produzieren. Denn Tesla hat diese Woche der Belegschaft mitgeteilt, dass man im Juni erneut an fünf Tagen kurze Boxenstops einlegen wird, um Prozesse in der Fabrik zu optimieren und um sie auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Die Gigafactory dürfte aber so langsam ausoptimiert sein. Bereits im Januar gab es zwei Wochen Pause, im März dann nochmal wegen des Brandanschlags und im Mai vier Tage. Wir denken, dass die Drosselung der Produktion in erster Linie auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen ist. Auf Herstellerebene waren die Zahlen ja schon letzte Woche bekannt und wir hatten hier in den Next News eine preisliche Reaktion von Tesla für den Juni in Aussicht gestellt. Und es hat nicht lange gedauert. Am Samstag wurde die Startseite der deutschen Tesla Homepage umgestellt. Ab sofort mit 6.000 Euro Tesla Umweltprämie erhältlich, heißt es dort. Einige Tage später wurden dann potenzielle Kunden auch per Mail über das Angebot informiert. Das Angebot gilt für Bestellungen ab sofort bei Lieferungen bis zum 30. Juni 2024. Und weiter. Sie können online bestellen und ein Entzahlungnahmeangebot für ihr aktuelles Fahrzeug erhalten, ohne das Haus verlassen zu müssen. Aber Tesla arbeitet wie immer sehr selektiv und dosiert beim Pricing. Die 6.000 Euro gibt es nämlich nur unter drei Bedingungen. Erstens nur für das Tesla Model Y. Zweitens nur für vorkonfigurierte Fahrzeuge. Die Preise im Konfigurator wurden nicht angefasst und man muss schon etwas suchen, um den Eingang in den Tesla Lagerverkauf zu finden. Teilweise sind Fahrzeuge ohne Laufleistung dort auch als Vorführwagen ausgeschrieben. Dann ist der Rabatt nochmal höher, teilweise über 7.000 Euro. Und drittens, den Sofortrabatt gibt es nur gegen Cash, also für Barzahler und ausdrücklich nicht in Kombination mit Leasing oder Finanzierung. Das wurde mir auf Nachfrage auch im Verkaufsjet bestätigt. Diesen Schritt hatte man bisher vermieden, um die Restwerte nicht unter Druck zu bringen, was ja in der Vergangenheit bei Flottenbetreibern oder Leasinggesellschaften nicht so gut ankam. Stattdessen hat man dieses Jahr mit rabattierten Zinssätzen im Leasing und Finanzierung gearbeitet. Wir hatten mehrfach berichtet. Damit streckt man eben den Rabatt über mehrere Jahre. Wir vergleichen nochmal. Tesla Model Y, Allrad inklusive Bearbeitungsgebühr ohne weitere Extras, 0% Finanzierung über 4 Jahre mit Schlussrate knapp 27.000 Euro. Wie groß ist der Zinsrabatt in Euro über die Laufzeit? Beim ADAC kann man E-Autos aktuell mit 5,49% effektiv finanzieren. Die Eckdaten habe ich dann in den Zinsrechner geworfen und es ergibt sich eine um 188 Euro höhere Monatsrate als im Tesla-Konfigurator. Auf die komplette Laufzeit gerechnet liegt die Differenz in den Ratenzahlungen bei ca. 8.800 Euro. Insofern verständlich, dass Tesla nicht beide Vertriebswege in Kombination subventioniert. Der Zinssatz bei den Varianten mit Heckantrieb liegt übrigens aktuell bei 1,99%. In der Basisversion liegt der Zinsrabatt gestreckt über die Laufzeit bei 4 Jahren bei knapp 4.700 Euro in meiner Musterrechnung. In Summe der Maßnahmen und durch das Comeback der Cash-Rabatte hat Tesla aus unserer Sicht gute Chancen auf Platz 1 im Juni. Der Rabatt wurde sicher so hoch gewählt, dass der Bestand auch wirklich leer wird. Und für alle potenziellen Käufer, die derzeit nicht kaufen wollen, weil sie auf einen Model Y Facelift warten, hat Elon Musk eine klare Botschaft. In diesem Jahr wird es kein Refresh für das Tesla Model Y geben und auf Elon Musk Aussagen auf X kann man sich ja in der Regel verlassen, oder? Zuletzt musste man aber feststellen, dass die Facelifts bei Tesla die Nachfrage nicht nachhaltig befeuern. Das Highland Model 3 hatte in China, Europa und den USA nur einen geringen kurzfristigen Einfluss auf die Nachfrage. Auch die Modellpflege der Modelle S und X konnte den Absatz nicht wesentlich ankurbeln. Neuer Hyundai Kleinwagen Diese Woche hat Hyundai erste Details zum neuen Kleinwagen veröffentlicht. Bisher wurde das Auto bei R-Königs-Sichtung der Elektro-Variante in Anlehnung an Hyundai Verbrenner Kleinwagen als Casper betitelt. Aber die Strom-Variante bekommt einen eigenen Namen und zwar Hyundai Insta. Bei mir ruft der Name jetzt keine spontan positiven Emotionen hervor, aber vielleicht ja das kommende Auto. Erste Bilder oder Teaser-Bilder hat Hyundai jetzt gezeigt. Ende Juni ist dann Weltpremiere, dann fallen auch hier auf dem Kanal die Hüllen und es wird ein eigenes Video geben. Was jetzt schon bekannt ist, ist eine angestrebte Reichweite von 355 Kilometern. In verschiedenen Medienberichten geht man davon aus, dass es zwei Varianten gibt, also eine mit weniger Reichweite für weniger Geld. Hyundai sagt zum Auto, die Bilder zeigen ein robustes und dennoch kompaktes SUV-Design mit charakteristischen LED-Tagfahrlichtern. Die Pixel als bekanntes Design-Element der Hyundai-Modelle finden sich in den Blinkern und Rückleuchten des Insta. Die Markteinführung Ende 2024 ist natürlich kein Zufall. Ab 2025 gilt es nämlich für die Hersteller in der EU, um 15% strengere CO2-Flottenziele zu erfüllen. Das funktioniert natürlich nur mit mehr E-Autos. Und um neue Kunden zu erreichen, muss man sich preislich nach unten öffnen. Wir sind gespannt, was er alles kann und wie viel Platz er am Ende tatsächlich bietet. Das Video kommt am 27. Juni, also abonniert den Kanal, wenn euch das Auto interessiert. VW ID.2 noch dieses Jahr? Viele Hersteller präsentieren ja aktuell Kleinwagen, zum Beispiel Dacia Spring Facelift, Citroën EC3, Renault R5. Im Juli erwarten wir einen Fiat Panda oder der eben auch gezeigte Hyundai Insta. Bei einigen der genannten Modelle ist aber schon jetzt klar, dass die Autos erst 2025 zum Kunden kommen. Grund dafür sind die eben genannten Verschärfungen der CO2-Flottenziele. Was den VW ID.2 angeht, war man nach bisherigen Ankündigungen davon ausgegangen, dass das Auto erst 2025 vorgestellt wird und die Kunden das Auto erst 2026 ausgeliefert bekommen. Aber offenbar gibt es im aktuellen Wettbewerbsumfeld bei VW massiv Druck auf den Terminplan des VW ID.2. Medien berichten, dass man das finale Auto jetzt doch schon dieses Jahr vorstellen will, um im Quotenjahr 2025 auch Autos ausliefern zu können. Fraglich ist aber aus meiner Sicht, ob man im kommenden Jahr auch schon die 25.000 Euro Basisversion an den Start bringen kann. Um die Kostenschwelle zu durchsprechen, soll ja eine LFP Zelle aus der VW eigenen Zellfabrik in Spanien zum Einsatz kommen. Aus meiner Sicht ist das für nächstes Jahr unrealistisch. Der offizielle Baubeginn für die Batteriefabrik war vor nicht mal zwei Monaten. Zellproduktion ist für VW Neuland erst recht Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Eine Produktion von Batteriesystemen in Spanien ist ohnehin erst 2026 angekündigt. Wenn also 2025 ein ID.2 zum Kunden kommt, dann wird es entweder die Variante für über 30.000 Euro sein oder wenn doch die Basisversion kommt, wird sie noch keine Zellen von VW an Bord haben. Denn das Konzept der Einheitszelle ist es ja im Grundsatz, einen fließenden Wechsel zwischen verschiedenen Lieferanten zu erlauben. Strafzölle für China-Importe. Das war die Knallernachricht der Woche. Es drohend bis zu 38% Aufschlag auf chinesische E-Autos, zumindest auf den Warenwert beim Import. Fraglich war eigentlich nicht mehr, ob Strafzölle kommen, sondern nur noch, wie hoch sie ausfallen werden. Die Umsetzung war dann in der Tat überraschend. Die EU hat versucht, sowas wie ein, sagen wir mal, Kooperationsmodell umzusetzen. Denn noch ist nicht sicher, ob die Strafzölle wirklich kommen. Zum einen werden sie nach derzeitigen Kenntnisstand nicht rückwirkend eingeführt. Das war eigentlich vorbereitet und möglich gewesen. Der Stichtag zur Einführung ist der 4. Juli. Bis dahin will man sich und der chinesischen Seite noch Zeit geben, eine andere Lösung zu finden, wie auch immer diese andere Lösung aussehen soll. Ich vermute mal, dass es dazu intern klare Vorstellungen gibt, die man spätestens diese Woche auch übermittelt hat. Der normale Zollsatz für Importe liegt ja aktuell schon bei 10%. Zusätzlich würden zum 4. Juli Strafzölle aufgeschlagen werden. Mit der Einführungsankündigung wird zugleich festgestellt, dass man die Subvention durch den chinesischen Staat als illegal einstuft. Zitat, die Wertschöpfungskette für batterieelektrische Fahrzeuge in China profitiert von einer unfairen Subventionierung. Aber auch für die Höhe der Strafzölle gilt das Stichwort Kooperationsmodell. Im ersten Schritt wurden offenbar nur drei Hersteller für eine stichprobenweise Prüfung herangezogen und folgende Sätze festgelegt. BYD 17,4%, Jili 20%. Was die anderen Hersteller angeht, heißt es, für Hersteller in China, die bei der Untersuchung kooperiert haben, aber nicht in die Stichprobe einbezogen wurden, würde der gewogene durchschnittliche Ausgleichszoll von 21% gelten. Für unkooperative Hersteller gilt dagegen ein Höchstsatz von 38,1% und tatsächlich war als dritter Hersteller der Stichprobe der staatseigene SAI-Konzern offenbar nicht kooperativ. Es droht also jetzt ein negatives Alleinstellungsmerkmal mit 38,1%. Das ist brisant, da der SAI-Konzern einer mit sehr hohen Zulassungszahlen in Deutschland ist. Zum Konzern gehört unter anderem die Marke MG. Letztes Jahr in Deutschland über 21.000 verkaufte Autos, davon 87% vollelektrisch. Bei E-Autos lag der Marktanteil in Deutschland immerhin bei 3,5%. Das war mehr als zum Beispiel die E-Autos der Marke Kia. Eine weitere bekannte Marke ist Maxus, deren Marktrelevanz aber vor allem im Bereich Transporter liegt. In der Meldung der EU gab es dann noch eine spannende Passage. Auf begründeten Antrag kann ein BEF-Hersteller in China, Tesla, im Rahmen der endgültigen Sachaufklärung einen individuell berechneten Zollsatz erhalten. Jedes andere nicht in die endgültige Stichprobe einbezogene Unternehmen, das seine besondere Lage untersuchen lassen möchte, kann eine beschleunigte Überprüfung im Einklang mit der Antisubventionsgrundverordnung beantragen und zwar unmittelbar nach der Einführung endgültiger Maßnahmen. Die Frist für den Abschluss einer solchen Überprüfung beträgt neun Monate. Tesla profitiert offenbar davon, dass man der einzige ausländische Hersteller ist, der keinen chinesischen Joint-Venture-Partner mit im Boot hat. Aber Tesla wäre nicht Tesla, wenn man nicht auch solche vermeintlich schlechten Nachrichten im Marketing bzw. Vertriebsförderung sofort einsetzt. Im Konfigurator zum Model 3 findet sich ein Hinweis auf eine möglicherweise anstehende Preiserhöhung zum 1. Juli. Die Ankündigung von Preiserhöhung, zuletzt auch offiziell, nutzt Tesla seit vielen Jahren im Vertrieb. Ob es dann so kommt, wird sich zeigen. Spannend wird auch, ob Unternehmen mit europäischen Beteiligungen ebenfalls Ausnahmeregelungen bekommen oder beantragen. Aber natürlich muss man alle gleich behandeln und der Weg zum Dialog steht offenbar allen offen. Insgesamt gibt es aber noch jede Menge Unsicherheiten. Im Juli wissen wir dann sicher schon mehr. Was die Modellvielfalt angeht, ist die Relevanz der Strafzölle sehr hoch. Circa jedes dritte in Europa angebotene E-Auto-Modell stammt aus chinesischer Produktion, darunter natürlich auch viele westliche Marken. Beim tatsächlichen Marktanteil der Verkäufe in Westeuropa liegt der Anteil relativ konstant bei etwas über 20%, wobei der Anteil der chinesischen Marken innerhalb dieses Anteils zuletzt zugelegt hat. Und was heißt das für die Endverbraucherpreise? Wir bleiben dabei, dass wir in der Breite des Marktes keine Erhöhung der Listenpreise erwarten. Auch bei Tesla wird wohl nicht viel drauf kommen. Wo es allerdings Bewegung geben kann, sind Rabatte und Leasingraten. Beispiel MG4. Noch vor wenigen Wochen lag die beworbene Leasingrate für das Basismodell bei 159 Euro. Zuletzt gab es dort eine leichte Anpassung um 10 Euro auf 169 Euro. Die größere Änderung gab es aber im Kleingedruckten, denn aus zuvor 10.000 Kilometern pro Jahr sind jetzt nur noch 5.000 geworden. Ob man sich durch diesen Schritt bereits auf anstehende Strafzölle vorbereitet hat oder einfach nur auf die sinkenden Lagerbestände und gute Zulassungen reagiert, ist natürlich nicht bekannt. Im Mai hatte es der MG4 ja in Deutschland auf Platz 2 geschafft. So wie wir die aktuelle Nachrichtenlage verstehen, sind von den Strafzöllen vermutlich auch die westlichen Modelle betroffen. Also Dacia Spring, BMW iX3, Volvo iX30 oder eben auch Tesla Model 3. Bereits im Oktober hatte ja Volvo angekündigt, den iX30 zukünftig auch in Belgien bauen zu wollen. Offiziell eine Reaktion auf die steigende Nachfrage, aber ganz sicher schon in Vorausschau ein Schritt, um Zöllen auszuweichen. Ebenfalls betroffen wäre der neue Cupra Tawaskan unser nächstes Thema. Verkaufsstart Cupra Tawaskan. Die Marke Cupra gehört ja zu Seat, ist also spanisch. Die beiden ersten Autos der Marke sind aber ein Sachse und ein Chinese, also der Born aus Zwickau und der neue Tawaskan aus Anhui. Für den Tawaskan war diese Woche der Bestellstart. Beim Antrieb gibt es keine Überraschung. Wie die Schwestermodelle auf der Plattform bietet der Heckantrieb 210 kW und der Allrad 250 kW Leistung jeweils mit der 77 kWh Batterie. Die Preise starten bei knapp 56 beziehungsweise 60.000 Euro. Allerdings lohnt es sich bei Interesse ein Händlerangebot einzuholen. Der Konfigurator ist relativ flach gehalten und die wesentlichen Zusatzausstattungen sind in wenigen Paketen gebündelt. Der Travel Assist ist bereits in der Serienausstattung enthalten. Dynamische Preise bei NBW Mobility Plus. Bereits vor einigen Wochen hatte NBW eine Umstellung der Preismodelle in der App angekündigt und im gleichen Zug die Tarifpartnerschaften mit dem ADAC aufgekündigt. In der Ankündigung damals war aber noch nicht klar, was das Laden im speziellen Fall, also an der konkreten Ladesäule, dann wirklich kostet. Angekündigt war lediglich ein dynamisches Preisfenster von 59 bis 89 Cent für die Stationen anderer Anbieter. Die Erfüllung der Preisangabenverordnung erfolgt ausschließlich über eine Preisanzeige in der App. Wenn einem als Kunde der Preis also nicht egal ist, sollte man die Kosten vor jedem Ladevorgang erneut prüfen. Über eine monatliche Grundgebühr können Kunden von Mobility Plus von den günstigeren Preisen an NBW eigenen Stationen profitieren. Wahlweise 39, 49 oder 59 Cent pro Kilowattstunde. Das Monatsabo hat aber nur einen Einfluss auf die Preise an NBW eigenen Stationen. Die Preise an Fremdstationen bleiben auch mit Abo preislich unverändert in allen Tarifen gleich. Vorher war das anders. Da waren die Preise auch an Fremdstationen gestaffelt bei 50, 57 und 65 Cent pro Kilowattstunde. Und heute wollen wir mal schauen, was das Laden denn jetzt so kostet, wenn man das Angebot Mobility Plus an Nicht-NBW Stationen benutzt. Hier also unverbindlich die Preise im Schnelldurchlauf. Ich erwähne nur ausgewählte große Anbieter, wobei die Preise im Ausland teilweise abweichen, manchmal nach oben, manchmal nach unten. Alego 79 Cent, Aral Pals 79 Cent, EON 79 Cent, EWE 69 Cent, Ionity 74 Cent, Fastnet 74 Cent, Falzwerke 84 Cent, Porsche 89 Cent. Auch im Ausland findet man viele Stationen, die 89 Cent pro Kilowattstunde kosten. Zu den günstigen Partnern an der Untergrenze mit 59 Cent gehören unter anderem die Audi Charging Hubs, Enercity, Edeka, Kaufland, Lidl und Stromnetz Hamburg. Unser wöchentliches Next-News-Thema Laden wird günstiger, muss also diese Woche leider pausieren, denn allgemein kann man sagen, dass es über die NBW Mobility Plus App deutlich teurer geworden ist. Macht sich also NBW jetzt die Taschen voll? Ich glaube nicht. Wir hatten ja zuletzt öfter Einblicke geliefert, wie der Markt in großen Teilen funktioniert oder besser gesagt nicht funktioniert. Etwas pauschal formuliert könnte man sagen, dass sich die Anbieter gegenseitig abzocken, wenn Kunden mit fremden Ladekarten an eigenen Stationen laden. Die Rechtfertigung sind hohe Kosten bei geringer Auslastung, die sich dann in den sogenannten Ad-Hoc-Preisen niederschlagen, also den Preisen für vertragslose Spontanzahlung. Hier nochmal die passende Preisübersicht. Und diese Preise werden oft mit geringen Differenzen im B2B-Geschäft berechnet, sind also die Einkaufspreise von Ladekartenanbietern an den jeweiligen Stationen, sofern nicht eigene B2B-Deals verhandelt werden konnten. Die neuen sogenannten A4-Regeln der EU schreiben ja vor, dass preislich nichts zwischen Endkunden und Wettbewerbern diskriminiert werden darf, gestatten aber zugleich eine angemessene preisliche Differenzierung. In der Praxis heißt das, dass die B2B-Einkaufspreise der Ladekartenanbieter sogar noch über den Ad-Hoc-Preisen liegen können. Und genau das zeigt sich jetzt auch in den neuen Preisen in der Mobility-Plus-App. Die EnBW reicht vermutlich mehr oder weniger einfach nur durch. Und man hält dagegen, in der neuen App hat man einen Preisschieber eingeführt. Setzt der Kunde den Preis zum Beispiel auf 69 Cent, fliegen also die meisten der eben gezeigten Anbieter aus der Anzeige mit raus. Was vorher zu den alten Preisen gelaufen ist, muss man wohl unter Marketing verbuchen oder man könnte auch sagen Mischkalkulation im Sinne des Kunden und dem Markthochlauf der Elektromobilität dienlich. Wirtschaftlich auskömmlich war das Ganze aber sicher nicht, eher im Gegenteil, wenn man die jetzt aufgerufenen Preise sieht. Für die Kunden ist das natürlich unschön, aber unternehmerisch absolut nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die EnBW beim Vertrieb des Stroms der eigenen Ladestationen an andere Anbieter bei dieser marktüblichen Hochpreisgestaltung vermutlich fleißig mit dabei ist. Hier nochmal unsere Preisübersicht mit fünf großen Betreibern, die in Deutschland an den eigenen Stationen alleine über Download und Registrierung in einer App deutlich günstigere Konditionen ermöglichen. Ein Preisniveau, das Wettbewerbern meist verschlossen bleibt. Und richtig günstig ist es eigentlich nur im Direktvertrieb mit Abo. Auch dazu nochmal unsere Tarifübersicht. Tesla, Ionity und EnBW bieten ihren Kunden Tarife ab ca. 39 Cent pro Kilowattstunde, aber alle nur im Abo- und Direktvertrieb. Sehr passend fand ich in diesem Zusammenhang die Überschrift in einem aktuellen Artikel bei Zeit Online zum Thema Ladepreise. Du sollst nicht fremdladen. Neue Studie zum Ladebedarf. Die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur hat unter dem Titel Ladeinfrastruktur nach 2025-2030 Szenarien für den Markthochlauf. Eine aktualisierte Neuauflage der Studie veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Rainer Lemoine-Institut wurden neue Berechnungen durchgeführt. Eine wichtige Grundlage der Studie war unter anderem die sogenannte Herstellerbefragung, E-Pkw, Marktentwicklung und Technologietrends. Dort enthalten sind z.B. auch prognostizierte Absatzzahlen der Autohersteller selber. Demnach landen wir 2030 bei 2,64 Millionen vollelektrischen Neuzulassungen. Diese Zahl würde fast dem Gesamtniveau der Pkw-Neuzulassungen des Jahres 2023 entsprechen. Das zeigt natürlich auch, dass die Hersteller fest mit dem Markthochlauf von E-Autos planen und sich natürlich auch beim Thema Forschung, Entwicklung oder Lieferketten schon jetzt auf solche Verkaufszahlen eingestellt haben. Fürs laufende Jahr stehen in der Grafik übrigens 780.000 E-Autos, die wir natürlich nicht schaffen werden. Dazu nimmt man aber Stellung. Generell handelt es sich dabei eher um Langfristprognosen, welche die strategische Ausrichtung der Unternehmen abbilden. Gewisse Abweichungen, heute beispielsweise Absatzstellen, fallen gegebenenfalls später weniger ins Gewicht. Zudem ist festzuhalten, dass die Absatzprognosen nur eine Seite des Marktes wiedergeben, denn letztlich müssen die Fahrzeuge auch die entsprechenden Käuferinnen und Käufer finden. Schauen wir auf den Fahrzeugbestand, ergibt sich für 2030 eine Prognose von 13,4 Millionen E-Autos in Deutschland. Und wie und wo die alle laden sollen, damit hat sich die Studie zum Ladebedarf beschäftigt, jetzt aber aus Nutzersicht und nicht der Sicht der Autoindustrie. Das heißt, die heutigen Fahrten der Menschen in Deutschland werden in elektrisches Fahren übersetzt. Und das zeigt die Studie für alle Fahrten in Deutschland. Je nach Szenario wird eine installierte Ladeleistung von 23,3 bis 32,4 Gigawatt für 2030 ermittelt. Das entspricht einem Bedarf von 380.000 bis 680.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten, davon 55.000 bis 90.000 HBC-Ladepunkte mit über 150 kW-Leistungen. Die für das Jahr 2030 in E-Autos verladene Menge an elektrischer Energie beziffert sich übrigens auf 37,8 Terawattstunden, wobei die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur je nach Szenario einen Anteil daran bei 36 bis 50 Prozent haben wird. Die Tabelle zeigt, wie sich das Ganze in fünf verschiedenen Szenarien auf die einzelnen Ladeorte aufteilt. Der genannte Bedarf für diese 13 Millionen E-Autos entspricht damit übrigens ca. 5 Prozent des prognostizierten Bruttostromverbrauchs für Deutschland 2030. Schaut man nur auf die öffentlichen Ladestationen, ist es so, dass bis zu 70 Prozent der geladenen Kilowattstunden allein an HBC-Ladeinfrastruktur verladen wird, nicht zuletzt wegen des Mehrverbrauchs bei Langstreckenfahrten. Die Studie ist insgesamt relativ umfangreich mit jeder Menge verschiedenen Analysen. Wer mehr wissen möchte, findet den Link zum Download in der Infobox unter dem Video. R-König-Schau. Wir starten mit einer Einsendung von Tobi aus München. Die Zuordnung des Fahrzeuges war nicht ganz einfach, aber unser R-König E-Mail-Joker hat ihn als den neuen MG HS identifiziert. Sehr wahrscheinlich also kein rein elektrisches Auto. Die Markteinführung soll wohl in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Das Auto war mit französischen Kennzeichen unterwegs und hatte ein Testlabel von ATTESTO auf der Seite. Weiter geht's mit einer Einsendung von Rainer, der dieses Auto auf einem Parkplatz in Rotgau erwischt hat. Das Fahrzeug war als Stellantis-Testfahrzeug gekennzeichnet und ist der neue Opel Grandland. Ob vollelektrisch oder Plug-in, lässt sich auf den Bildern aber nicht erkennen. Dieses Foto hat uns Sven aus Nempitz gesendet. Es zeigt einmal mehr die Modellvielfalt chinesischer Hersteller. Das Auto ist ein Dongfeng Nami 01. Bei 93 Prozent lag die Ladeleistung noch bei 20 Kilowatt. Und nochmal ein Auto mit Ladesäule. Hier der neue Mini Cooper S bei EnBW in Zolling. Die Ladeleistung lag bei einem Ladestand von 35 Prozent bei ca. 85 kW. Vielen Dank für die Fotos an Dick. Neues von Nextmove. Mehr Freikilometer. Wir bei Nextmove bieten über 500 E-Autos in mehr als 30 verschiedenen Modellen deutschlandweit an zwölf Standorten zur Miete an. Mit drei Klicks kannst du auf der Nextmove Startseite schauen, ob dein Wunschauto verfügbar ist und was es kostet. Wenn du auf beliebiges E-Auto klickst, werden dir alle verfügbaren Autos für die Auswahl, Termin und Standort angezeigt. Neu seit dieser Woche. Wir haben die Inklusivkilometer deutlich erhöht. Je nach Mietdauer gibt es zwischen 20 und 25 Prozent mehr Kilometer, aber die Preise haben sich nicht geändert. Die neuen Inklusivkilometer gelten sowohl für die normalen Anbietungen mit Wunschtermin und Wunschauto, aber auch für unsere Last-Minute-Aktionspreise. Hier einige Beispiele. VW ID.Bus 18 Tage, 2100 Kilometer ab 516 Euro. Tesla Model Y Long Range Allrad 11 Tage, 1400 Kilometer, 447 Euro. Die tagesaktuellen Angebote findet ihr auf nextmove.de. Neue Angebote gibt es auch im Fahrzeugverkauf, hier aber überwiegend Nutzfahrzeuge. Maxus EV80, also Sprinterklasse, gebraucht ab 11.990 Euro. Maxus E-Deliver 3 starten bei 12.990 Euro und auch ein Unfallfahrzeug ist mit dabei, deutlich günstiger natürlich. Und Achtung Sammlerstück, Nissan ENV 200 als Siebensitzer mit 40 Kilowattstunden Batterie, 14.277 Euro. Die genannten Preise sind alle netto und die Angebote richten sich an gewerbliche Käufer. Und wer gerne mal kostenlos oder zumindest fast kostenlos ein E-Auto oder einfach nur ein anderes E-Auto ausprobieren möchte, findet auf der Seite mit unseren Testfahrten aktuelle Angebote. Es handelt sich dabei jeweils um One-Way-Mieten, wobei im Normalfall auch Umwege erlaubt sind und dafür auch mehr Zeit und mehr Kilometer in den Touren enthalten sind. Nach letztem Stand mit dabei unter anderem ein 3,5 Tonner mit großer Batterie, vor allem aber PKW der Marken Tesla, Polestar und VW. Nächste Woche ist übrigens Sommer-Sonnenwende, diesmal schon am 20. Juni. Am gleichen Tag beginnen auch hier in Sachsen die Ferien. Für Freitag ist aber noch eine Next-News-Sendung geplant. Also wieder einschalten. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.